moin liebe freunde der strategie und herzlich willkommen zurück zu einem neuen part von colonization classics wir fahren fort mit unserem kleinen holländischen kolonialreich ja wir haben beim letzten mal eine neue kolonie gegründet nämlich fort orange 42 gold sehr schön ja so jetzt muss ich erst mal gucken also der hier genau der wird an die arbeit gehen ich würde es nämlich sehr begrüßen tatsächlich wenn der als erzarbeiter tätig ist genau und der prediger werden wir gleich mal losjagen der kann nämlich gut und gerne mal das dorf hier mit einer mission segnen um die geistige verbundenheit zu befördern quasi wenn man so will 16 fälle kriegen wir danke außerdem kann es auch sein dass wir von zeit zu zeit konvertierte leute reinkriegen da guck mal die fälle in fort orange knallen schon auseinander habe ich mir gedacht wenn wir mal anfangen die zu bearbeiten wo haben wir den beruf hier den beruf des äh kleidung des mantel herstellers wo ist er denn aber den nicht pelzjäger ja doch den haben wir das weiß ich mal auf du gehst mal das ne das ist der rumbrenner das ist der schmied weber weber ist baumwolle gerber sie sehen kann er nämlich aus der aus den fällen die er jetzt geholt hat kann er jetzt die mental herstellen dadurch verbrauchen wir jetzt glaube ich auch ein paar fälle macht aber nichts zwei wir produzieren wir haben ja genug auf lager und sobald new amsterdam die hafenanlage hat werden die nämlich anfangen einen wagen herzustellen damit der dann zwischen den beiden hin und her fahren kann so wie sieht es hier aus gott die nahrung knallt auseinander sehe ich gerade kann ich die nahrung ein bisschen mitnehmen das ist gut die fälle nehmen wir auch mal mit einfach mal so glas verfahren können wir die ja mitnehmen das ist ja nicht das problem aber interessant nahrung geht über die hundert hinaus also da schreit er nicht rum von weh wir brauchen lagerplatz das ist für ihn in ordnung auch mal gut zu wissen ach komm nehmen wir das holz auch noch mit zack wie weit ist denn eigentlich die produktion hafenanlagen ich guck mal kurz 16 hammer noch zwei produzierter pro runde also acht runden noch okay und unser schiff macht sich dann noch mal auf den weg in die alte welt mit waren an bord dafür ist das schiff ja eigentlich auch da für handel hauptsächlich und halt um neue kolonisten in die neue welt zu holen ich tue euch nix alles gut genau und der prediger der kann nächste runde da in das dorf reingehen die irokesen die kennen wir ja auch schon aus ziv nur sechs dörfer ein bisschen dürftig ja natürlich wollen wir freundschaft mit euch schließen die holländer sind freund der alle indianer stämme ja ja zwei fälle wie gesagt solange sie in freundschaft kommen ist alles okay sobald sie mit erhobenen waffen kommen wird es gefährlich für uns weil wir haben nur eine militärische einheit im eigentlichen sinne ich weiß ich weiß zwei tonnen fälle wurden weggeworfen ja das ist bedauerlich müssen wir leider erst mal mit durch blöd aber ist leider so lässt sich jetzt erst mal nicht ändern ja wohl mit vollen segeln faulen segeln vor allem nein mit vollen segeln so der macht sich mal auf rückweg bitte möglichst ohne irgendwie ausversehen indianer zu erwischen wenn es geht betreten eines indianer dorfes aber bitte ohne gewehr glücklich winken sie ihn zu ja mit den ureinwohnern leben ich wollte eigentlich eine mission gründen aber irgendwie will er nicht na gut wenn er nicht will dann will er nicht schade ich dachte er würde eine mission gründen na gut wenn er nicht will dann will er nicht ja das eine dorf reagiert schon japanisch weil unsere soldaten dann in der nähe sind aber der tut ja nichts das ist ja harmlos schade wie gesagt ich dachte wirklich der würde da schön eine mission einrichten aber es geht wohl nicht mit denen so da leben vier kolonisten nahrung haben wir ja mehr als genug erst mal noch ich überlege gerade ob ich den wie ist das denn mit fort orange würde fort orange weitere bürger verkraften müssten die eigentlich ja verkraften sie auch äh mäntel werden hergestellt das ist gut gestrubft weil ja sonst jacke ich den hier mit rein dann erst mal schade ich hätte wie gesagt gedacht er könnte als prediger tätig werden aber nö ist halt so wollen sie nicht dann halt nicht freunde der sonne aber ich muss auch tatsächlich sagen ich glaube unsere konkurrenten verhalten sich auch tatsächlich ruhiger so wir erhalten 100 gold stücke sehr schön 264 geil und 72 für das nutzholz so was können wir denn rekrutieren freie siedler und rekrutieren wir die 240 direkt jawohl erfahrene erzarbeiter ist auch nicht schlecht aber ich glaube ich nehme mal lieber freie siedler zwei stück und dann kann das schiff wieder zurück segeln in die neue welt kann da einfach so reingehen mit den häuptlingen sprechen bekannt für erfahrene ah so erfahren wir also für was sie gut sind ok also was sie anbieten ok interessant setzt euch ans feuer wir erzählen euch geschichten aus umliegenden ländern das wusste ich nicht dass es geht das war für mich tatsächlich gerade neu also so kann man also neue dinge erfahren ist ja auch nicht schlecht dann spione berichten apache in der trupp richten verwüstung englischer kolonie jamestown an finde ich gut ja an so muss das sein moment was war da oben jetzt gerade los wieso ist ja jetzt noch rotes ausrufe zeichen beunruhigt über engländer ja das betrifft uns ja nicht wir sind ja keine engländer wir sind nur der kleine bescheidene niederländer wir kommen mit emmentaler käse und gauder habe ich ja sämtliche klischees über die holländer abgearbeitet ich glaube schon das ist ja cool dann kann ich ja jetzt mit den speer theoretisch sämtliche gegenden einfach mal abbreiten nochmal also sämtliche ortschaften auch mal gucken was sie so anbieten ist ja auch geil wusste ich gar nicht ich glaube das ging auch beim 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 bei der neuauflage beim anderen colonization sechs tabak danke apachen vielen dank dankeschön freut mich wir leben in aller freundschaft zusammen ja ja preise für pferde ist auf zwei gestiegen mhm mhm und unser schiff ist zurück ach nase juckt entschuldigung jetzt weiß ich auch warum sie gejuckt hat ach 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 sag mal ist ja furchtbar danke an die die gesundheit geschrieben haben ach mit den häuptlingen sprechen mhm kampf erprobte speer aha mhm sehr schön ach sag mal es ist ja furchtbar mit der nase komisch vorher ging das neu jetzt rastet die nase total aus hier ich werde auch nicht etwa krank das kann ich mir nicht leisten muss gesund bleiben warte mal wenn ich den noch mit rein schicke obwohl ne lassen wir mal geht da in die nahrung passt schon ist okay was ich übrigens vorhabe ich will tatsächlich den bieber da im besitz nehmen ohne konflikt mit den apachen anzufangen ja ganz wichtig ne spione berichten shiroki plündertrupp richten verwüstung spanische kolonie isabella an ich glaube unsere konkurrenten haben so ein bisschen probleme sechsstoff danke finde ich aber gut dass sie probleme haben finde ich echt gut muss nicht unbedingt schlecht sein für uns jedenfalls ich würde nämlich ganz gerne mit dem schiff dahin fahren mal sehen ob das schiff dahin kommt ja schon mal ein guter weg ja ich weiß der soldat der provoziert ein bisschen die indianer aber dauert nicht lange dann wird er sich wieder zurückziehen der soll ja zurück nach äh new amsterdam soll er dort wache halten obwohl uns ja eigentlich keine gefahr droht zurzeit finde ich übrigens auch sehr gut das land ist einfach geschlossen kann keiner hin ja schiff fährt gut auf nach new amsterdam soldat möglichst ohne irgendjemanden anzugreifen wenn es geht so wir wollen mit den häuptlingen sprechen meister zuckerpflanzer oh wir würden auch für mäntel oder tabak einen guten preis bezahlen also um euch das mit den ringen mal zu erklären es ist so ihr habt ja gerade eben die option gesehen dass wir unsere siedler dahin schicken können damit sie da dann erstmal bleiben mit den voten dadurch lernen sie dann quasi den beruf den sie anbieten also das ist dann quasi wie eine schule wenn ihr so wollt shiriki plünderungstrupp richte verwüstung spanischer kolonie isabella an menschen spanier kriegen jetzt kräftig einen auf die nuss ich merke das schon ich finde es gut ja es ist eine schöne ecke definitiv und wir haben die hafenanlagen sehr gut hab ich mich gerade erschrocken hab ich mich gerade erschrocken ey scheiße ja wagenzug genau dann produziert den jetzt mal bitte den können wir nämlich gut gebrauchen können wir dann nämlich die äh mäntel aus new aus äh fort orange können wir dann nämlich dahin bringen können wir die dann nämlich per schiff nach europa verschiffen ne was soll das schiff sonst auch machen damit an land gehen schubidubidu schubidubidu ich glaube ich werde noch mit den einen schritt weiter ins landesinnere gehen weil ich glaube das schadet unserer beziehung zu den na gut apache land apache land ja okay hm hm ich weiß jetzt nicht ob es äh bedingt schaden zufügt das werden wir ja dann sonst sehen hm bin ich ja mal gespannt ob die da irgendwas gegen sagen werden ich hoffe ja nicht so dann werden wir uns mal das dorf da oben mal angucken wo ich ja eigentlich die mission einrichten wollte hm so unser schiff fährt mal dorthin barbaren oder sowas gibt es ja glücklicherweise hier nicht von daher können wir ja auch rumsegeln wie wir lustig sind mit den häuptlingen sprechen kampf erprobte kämpfer erprobte oder kampf ja kampf erprobte wenn ihr uns tabak bringt wir würden auch für nahrungsmittel oder stoffen guten preis zahlen ahja noch mehr geschichten so dann gehen die beiden nochmal einen schritt weiter ich werde aber gleich mal speichern dann werde ich mal überprüfen weil wenn es dann nämlich heißt apache sind über besiedelung des landes verärgert dann werde ich nämlich neu laden das wollen wir ja nicht äh der stamm der apache muss schwere zeiten durchleben hat dieses jahr nicht genügend nahrungs mit lebensmittel ja komm machen wir wir bieten euch 44 unserer 88 nahrungsmittel ja fair ist die hälfte ist in Ordnung da sie uns so oft schon was gegeben haben ist es ja wohl das mindeste ja da geht's los da geht's los jetzt will der könig nämlich steuern erheben ja ja jetzt will er nämlich schön steuern haben Arsch der weil er merkt oh es lohnt sich ja dann heißt es dann gleich direkt ja dann zahlen wir ihn schön ja ja mit dem Häuptling sprechen erfahrene Pelzjäger das ist interessant ja wir würden auch für Mäntel oder Nahrungsmittel guten Preis zahlen guck an die wollen Mäntel haben interessant hmm die Apachen heißen die Abgesandten der Holländer willkommen bitte bringt diese Perlen im Wirt von 144 Gold eurem Stammesführer als Friedensangebot uuuuuh ok jetzt speichere ich ganz schnell bevor sie gleich verärgert sind ähm das wollen wir ja nicht das ist übrigens auch gleich schon wieder Partende sehe ich gerade Kolonie aufbauen Fort Nassau noch mehr Fälle ne Fälle wollte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt erstmal äh Nahrung erst einmal na oh da ist das lukrativer aber leider ist da kein Dorf in der Nähe das irgendwie erfahrene Farmer anbietet ist so ein bisschen schade das wäre nämlich gut gewesen aber ein Dorf haben wir ja noch nicht erkundet nämlich das hier unten vielleicht bietet das ja erfahrene Farmer an wäre natürlich geil ja dann fahrt man nach Neu-Amsterdam und der Soldat zieht sich zurück und damit sind die Stämme wieder beruhigt oder die Dörfer beruhigt logischerweise aber ich höre nichts über Verärgerung das ist gut dann lassen sie uns gewähren ja schön das ist doch schön darf ich mein Städtchen da behalten finde ich gut erfahrener Fischer sehr geil den können wir gut gebrauchen in Neu-Amsterdam und dann so jetzt gucken wir mal kurz wie sieht es aus mit Ware seht ja nicht so berauschend aus gerade beziehungsweise doch eigentlich schon wir nehmen die Erze mit wir nehmen das Holz mit was ist das denn hier eigentlich Handelswaren und die Fälle nehmen wir auch ruhig mit und den Tabak von mir aus auch ja ich weiß ich muss Steuern drauf zahlen macht nichts aber ich würde den Fischer gerne mitnehmen damit die Nahrungsproduktion in Neu-Amsterdam weiter am Laufen bleibt und dann fährt der mal in die neue Welt und der Soldat wartet mit den Häuptlingen sprechen auch erfahrener Pelzjäger schade schade ich hätte gedacht der würde vielleicht den Beruf des erfahrenen Farmer anbieten dann werde ich den Speer in Neu-Amsterdam zurückziehen mal sehen was die andere Stadt oder das andere Dorf hier zu sagen hat 6 Tabak danke Dankeschön 20 Fälle Alter die teilen fleißig mit uns die Apachen und ich sehe gerade wir haben schon wieder Part Ende der spanische König ist glücklich wie schön über Blutgold Freunde wir sehen uns im nächsten Part wieder ich hoffe der Part hat euch bis hierhin gefallen und wenn dem so ist würde ich mich freuen wenn wir uns morgen wiedersehen ich sage nun einfach euer Lars sagt tschau auf bald bis bald und tschüss und vor allem bleibt mir gewogen und bleibt gesund schau 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 Load